Ja, liebe Laura, jetzt ist der Kaffee und Kuchen gleich vorbei und der Herbert, der ist jetzt auf der besonderen Mark-Bellinghaus-Diät. Wie, ihr wollt wissen, was das ist, die Mark-Bellinghaus? Ihr habt bestimmt nicht hier dieses leckere Mhhm oder das hier. Nein, die Mark-Bellinghaus-Diät, die startet gerade frisch zu Ostern. So sieht die Mark-Bellinghaus-Diät aus. Seht ihr das? Sogar das Gefrierfach ist leer. Der arme Herbert, der arme Herbert. Das kannst du als Schlankheitsmittel verkaufen. Genau, das ist der leere Kühlschrank Mark-Bellinghaus-Diät. Also Follower, dranhalten, einfach nichts einkaufen.